So, willkommen hier bei einem kleinen Tutorial vom Technik-Launcher mit Hackslashmine. Ich habe das hier gesaved, das wegen Welt und so alles. Ja, das ist der Download-Link. Es kommt darauf an, wenn ihr Windows habt, klickt ihr hier. Und wenn es nicht geht, kann es mal zeigen, wenn es so angezeigt wird. Technik-Launcher-Apps funktioniert nicht mehr. Dann müsst ihr die Charger-File benutzen, behalten. Die wird dann auch funktionieren. Ja, dann klickt man, sie geht auf Technik-Launcher. Ja, am Anfang sieht das so aus. Ihr gebt euch eure Logging-Daten rein und dann das Passwort. Und Remember, hier kann man die Mods auswählen. Sie ist in Technik, Tech-Kit, Jukebox, Hack, Mine. Das ist das, was ich spiele. Oder Vanilla, das ganz normale. Nehmen wir den Tech-Kit. Warten wir. Und Logging. Jetzt ladet das alles automatisch hinunter und updatet es auch. Ja, was kann ich noch sagen. Ich habe ein Problem beim Mikrofon. Und ich, keine Ahnung warum. Wenn ich aufnehme, dann nimmt es nur die rechte Seite auf. Und ich weiß nicht ganz warum. Ich verstehe es auch nicht. Nein, die linke Seite nimmt es nur auf. Und weiß ich auch nicht. Hier nimmt es auf. Hier. Downloaded. Ja, bla. Base-Mod Tech-Kit. Und ja, wenn es fertig ist, können wir hier mein schon hintergerollt Bild. Und schauen wir bis es fertig ist. Ja, es braucht, das sind glaube ich 42 Mods im Ganzen. Und es braucht schon eine Zeit, bis alles geupdatet ist. Und das ist der Download-Link. Ich lege es euch in die Beschreibung hinein. Ich kopiere schon mal, dass ich es nicht vergesse. Und sobald es hier hat, hat es sogar den Mod-Mod drin. Und wenn ihr wollt, dass ich ein Tutorial zu den Mods mache, jeden Einzelnen, kann ich das gerne machen. Technik und Tech-Kit sind eigentlich genau das gleiche, einfach ein bisschen Unterschied. Bei den Items. Und Voxel-Mod-Pack. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Doch, ich weiß es. Mit dem kommen so Mods drin, zum Beispiel Fly und so Sachen. Hack-Mine. Das ist mein aktuelles Let's Play. Und Vanilla, normales Minecraft, kennt ja wohl jeder. Und Tech-Kit-Config, los. Ah, fertig. Und jetzt startet es so. Startet es. Und warten wir. So. Das ist Tech-Kit. Ich kann es euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn man drin ist. Und das ist eigentlich recht cool. Tech-Kit. Ich habe sogar einen Server davon. Und habe, schaut, 41 Mods. Optifine ist drin. Micron Forge. Und es spielt auf 1.2.5. Wird einfach alles automatisch installiert. Ihr müsst einfach nichts mehr machen. Es ist eigentlich zugekommen, wie der Aufnahme. Und das war...